Ja, Georg Bührmann, Leiter der Polizeiinstitution Moorbach. Auf der B50 kam es zu einem Unfall mit einem Bananen-Lkw. Der Lkw kam aufgrund der winderlichen Verhältnisse von der Fahrbahn ab und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer, wie mir mitgeteilt wurde, ist leicht verletzt, aber nicht so, dass er medizinisch versorgt werden muss. Ein Abstoffunternehmen wurde verständigt, aufgrund der winderlichen Verhältnisse, sondern nicht sagen, wann er genau eintritt. Aber wir können davon ausgehen, dass es mindestens noch anderthalb ist. Ja, die winderlichen Verhältnisse sind da. Das kam eigentlich auch nicht überraschend. Man kann sagen, nach dem, was ich bisher weiß, dass die Entwicklungsfahrer sich weitestgehend eingestellt haben. Einige Lkw-Fahrer offensichtlich noch nicht. Es kamen zu verschiedenen Sperrungen, gewissen Liegen und Liegen. Gesamtübersicht sieht man nicht vor. Geht one hundred Prozent. Geht euch aus! Vielen Dank.